UNTERTITELUNG Christiano freut sich hier auf Dortmund, auf die SühhhBB Tribüne und hinten spielt Nikolaus SühLE hier im SÜGH Bien Disability Park, alles vorbereitet. Aber WERN zrob childrenBO inchool Ronaldo in Wii U- Midwest Clean, wechselt hier nach Dortmund, die B1 wird umgenannt in die BR7, Giorgina hat gesagt, Chischano, Dortmund, ich hab ja gesagt Ski Dortmund, lab Brazil Dortmund ist miew más bonito, du kannst duику, super dabaig fliege, super durchfahren, super wegfahren, hat nur Vorteile. Was? Der Trainer von Borussia Dortmund... keine Ahnung, wer ist denn da? Hitzfeld? Naw naw, hier gibt's keine Verbindung zwischen Dortmund und Cristiano Ronaldo. Nur zwischen BVB und meinem Bankkonto. Sü covered... Naw, Cristiano Ronaldo, i bèchtè Chugardòdu mundu i... Süwind... wenn Dortmund nicht klappt, dann geh ich eben zu Freiburg. Was? Die wollen auch nicht. Dann eben Höfenheim. Auch nicht? Augsburg?! Süüüüüüüüüüüüüüüüü das schöne an diesem Stadion an der Sü LC Arena oder es heißt, ist der Rasen und die war ich schon oft beim Konzert. Beim Pfeifkonzert. Gegen mich. Cristiano Ronaldo bringt nicht nur Schussqualität und Tore und Autogrammme und Trikotverkäufe ich bringe auch Fallor mit Sehr spektatorisch wenn Borussia Dortmund mich nicht kaufen will, dann kaufe ich Borussia Dortmund Jorge Mendes hat gleich ein Telefonat mit. Aki wem? Aki was? Aki Watzke? Aki wo? Aki wie? Na, na, Giorgina, komm mit nach Dortmund. Purke, Dortmund ist meins bonito. Schöne Stadt, Einkauf, Fußgängerzone. Und wir gucken uns schon Doppelaushälfte in Hörda an. Superschön hier. Cristiano Ronaldo gehört nach Dortmund. Ich bin ein Tier. Ich gehöre in die Tiergalerie. In Dortmund hat Giovanni Reina die Sieben. Aber ich bin ja Cristiano Ronaldo. Ich bin CR Sieben, ESG Ersieben. Wir spielen einfach zusammen mit der 14. Na, Cristiano Ronaldo kostet nicht viel. Vielleicht 20 Millionen pro Minute. Was kannst du dir davon kaufen? Einen halben Moukoku. Aber was heißt BVB? Heißt Bugatti von Borussia? So Freunde, Cristiano Ronaldo wirklich zu Borussia Dortmund? Kann das sein? Wäre das nicht geil? Ich fände das überragend. Was glaubt ihr? A wird es so kommen und B wird es funktionieren. Könnte das matchen? Ich sag ja, was sagst du? Wir sehen uns bei meiner Tour. Mut zur Lücke. Hol mal die Tickets. Wird geil. Das wird die beste Tour, die ich in meinem gesamten Leben jemals gemacht habe. Mut zur Lücke. Italien ist Europameister. Ist das geil? Du bist Europameister und bist bei der WM nicht dabei. Das ist ungefähr so, als wenn du heiratest und bei der Hochzeitsnacht knattert ein anderer für dich. Mut zur Lücke. Das ist basic. Das ist eigentlich ein paar WM nicht dabei. Das ist eigentlich ein paar WM nicht dabei. Das ist einfach nicht dabei. Das war das in der Zeit. Ja. Und dann werde ich sage.